Ohne Frauen fährt die Buddha-Lehre in den patriarchalen Graben. Wo lediglich Männer, die lebende waren und weiter vermitteln, fehlen die Erfahrungen von Frauen. Und das ist ganz besonders wichtig für eine Erfahrungsreligion wie den Buddhismus. Das Ende der Bescheidenheit oder ohne Frauen läuft gar nichts. Das klingt ganz nach den alten Kampfparolen der Frauenbewegung, die nun auch nicht mehr vor den geheiligten Hallen des Buddhismus Halt macht. Ähnlich wie in der christlichen Kirche rekrutiert sich das Fußvolk im Buddhismus zu 70% aus Frauen, jedenfalls in westlichen Ländern. Unter den Lehrenden finden sich ganze 30%. Was in den Augen von Christen rechtsstattlich erscheint, nimmt sich für eine Religion, die so bedingungslos das Gleichheitsprinzip für sich in Anspruch nimmt, eher etwas dürftig aus. Im Buddhismus steht der einzelne Mensch, egal ob Frau oder Mann, mit seinem Streben nach persönlicher Vervollkommnung im Mittelpunkt. Dazu dient in erster Linie die Meditation und der achtsame Umgang mit sich und den anderen. Ein Unterfangen, das Frauen sie entgegenkommt, denn ... Zum einen neigen Frauen ja von ihrer Erziehung her dazu, sich in Frage zu stellen. Und der Buddhismus ist einer der intelligentesten Ansätze, sich in Frage zu stellen. Da wird das honoriert. Da wird es auch gelehrt, wie man das tun kann, ohne in Selbstzweifel zu verfallen und sich in Selbstzweifeln aufzulösen. Und der andere Aspekt ist, dass der Buddhismus die eigenen Erfahrungen auch sehr viel schätzt. Und auch das mögen Frauen gerne. Frauen beschäftigen sich gerne mit eigenen Erfahrungen. Und da haben eigene Erfahrungen einen großen Stellenwert mehr als Doktrinen, als Lehrsätze. Und das finden Frauen spannend. Das klingt alles eher nach handfesten therapeutischen Prozessen, als nach ausschließlich religiösen Erlebnissen. Was aber keineswegs gegen den Buddhismus spricht. Es sind vor allem Frauen zwischen 35 und 55 Jahren, die den Wunsch haben, über den Tellerrand des alltäglichen Einerleis in Beruf, Beziehung und Familie hinauszusehen. Mein Sohn war aus dem Haus. Ich habe mich aus einer langjährigen Beziehung getrennt. Ich bin 50 geworden. Das Gefühl, jetzt mal Bilanz zu ziehen und zu gucken, was habe ich bisher in meinem Leben gemacht und was will ich mit mir noch anfangen. Und dabei auch eine Stufe weiter zu gehen ins Spirituelle. Doch warum suchen Frauen sich diese spirituelle Ebene nicht in einer christlichen Gemeinschaft? Mir ist einfach, dieses Gebäude der katholischen Kirche ist mir zu eng und zu miefig und zu belastet. Also Frauen haben da nichts zu melden. Es ist zwar im Buddhismus ein bisschen ähnlich, aber das sehe ich natürlich nicht, wie das stattfindet. Dass noch die höchste Nonne den letzten niedrigsten Mönch grüßen muss. Das höre ich oder lese ich, aber das gehört nicht zu meiner sinnlichen Erfahrung. Ein kleines, wenn auch ehrliches Stückchen Selbstbetrug gehört also auch dazu. Den Frauen ist häufig vorgeworfen worden, dass sie sich in den letzten Jahren vom frauenpolitischen Engagement ab und der weltabgewandten spirituellen Nabelschau stattdessen zugewandt haben. Für Silvia Wetzel, eine der bekanntesten buddhistischen Lehrenden in Europa, ist die Hinwendung von Frauen zum Buddhismus nicht unbedingt ein Zeichen der politischen Abstinenz. Sie sieht darin eher die Folgen eines Burn-out-Syndroms. Ich glaube, wenn man länger an der Veränderung der Gesellschaft arbeitet, dann braucht man sehr viel Energie. Und wenn man da länger dabei ist, dann merkt man, dass die persönliche Energie dafür nicht ausreicht. Und man sucht nach einem größeren geistigen Rahmen, in dem man sich verorten kann. Und man sucht nach Methoden, wo man die Kräfte wieder regenerieren kann.